Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderplanung für Dynamo Dresden. Heute blicken wir so wieder in die dritte Liga, denn dort ist eine unglaubliche Spannung mit dabei. Dresden ist aktuell Tabellenzweiter, sprich es wäre dann am Ende der direkte Aufstieg. Man ist auch nur ein Punkt nach Platz 1, aber eben auch punktlich mit Platz 3 und man hat auch nur zwei Zähler mehr als Platz 4. Also es ist ein extrem enges Rennen rund um die Aufstiegsplätze in Liga 3. Aber umso spannender wird es sein, wie sich Dresdens Kader im Sommer verändert. Denn ligaunabhängig wird dort auf jeden Fall was passieren. Bleibt man in der Liga, dann werden wohl einige Spieler gehen, der nächste große Umbruch steht an. Wenn man aber wiederum aufsteigt, kann man auf jeden Fall auf einen guten Kern an Spielern vertrauen, aber muss eben auch dann den Kader nochmal deutlich verbessern. Wir blicken heute auf genau das Szenario. Wir blicken heute auf Dresdens Kader für eine mögliche Zweitligasaison. Es geht dabei nicht um potenzielle Transferziele, sprich es geht hier nicht um mögliche neue Spieler, die Dresden holen müsste. Darüber sprechen wir bald in fünf Transfers für, sondern es geht um die grundsätzliche Kaderplanung. Wir blicken auf jede Position, schauen dort auf die aktuelle Zusammensetzung, auf die möglichen Abgänge und wie man eben dann auch dort den Kader planen sollte. Alles und mehr also heute in der Kaderplanung für Dynamo Dresden. Legen wir also los auf der Torhüter-Position und hier blicken wir erstmal auf die aktuelle Zusammensetzung. Einmal von links nach rechts haben wir hier Stefan Driliatscha, wir haben Kevin Broll, Daniel Mesenhöhler und Erik Herrmann. Legen wir los mit Driliatscha, der ja die klare Nummer 1 in der Hinrunde war und das auch bedingt durch generell richtig starke Leistungen im Kalenderjahr 2023. Allerdings fehlt Dresdens Stammkeeper seit dem Winter verletzungsbedingt und auch deswegen gibt es eben auch logischerweise Diskussionen darüber, wie es über den Sommer hinaus weitergeht. Denn in Dresden gibt es reichlich auslaufende Verträge, dazu gehört auch Driliatscha und ich kann mir schon vorstellen, dass er seine Zukunft ganz davon abhängig macht, in welcher Liga Dresden spielt. Das heißt, wenn der Aufstieg verpasst wird, glaube ich schon, dass er sich umguckt, ob vielleicht ein zweitliches Interesse haben wird, wenn Dresden aufsteigt. Und das Szenario planen wir hier, bleibt auf jeden Fall auch dann die Nummer 1 zwischen den Pfosten bei Dynamo. Kevin Broll ist seit einem Jahr ungefähr wieder zurück in Dresden und spielt ja dann auch als Nummer 2 eine nicht ganz unwichtige Rolle, denn jetzt sieht man ja auch durch die Verletzung von Driliatscha hat man dort einen guten Backup und seit Winter steht er deswegen auch Broll wieder im Tor. Auch sein Vertrag läuft aus und beim Szenario Aufstieg würde ihm er somit dann nur der Posten als Nummer 2 bleiben und ich glaube, dass er dann Dresden verlassen wird. Daniel Melsenhöhler ist ja auch seit Januar da, bedingt eben durch die Verletzungssorgen, wollte man dort nochmal für die Kaderbreite was machen. Ich gehe davon aus, dass er im Sommer dann auch wieder gehen wird. Das wiederum bedeutet aber auch, dass wir einen neuen Keeper brauchen und dort hängt es halt dann so ein bisschen von der grundsätzlichen Planung ab. Also es braucht dann natürlich generell im Kader eine neue Nummer 2. Entweder hat man dann schon da das Vertrauen in Erik Herrmann oder man holt sich eher eine erfahrene Lösung, vielleicht auch Ablöse frei, die eben auch dann schon die zweite Liga im besten Falle kennt. Apropos Erik Herrmann, er gilt ja auf jeden Fall als großes Talent auf der Torwartposition und hat ja auch in der laufenden Drittliga-Saison einmal gespielt. Natürlich braucht er auch deswegen eine gewisse Perspektive, wie plappen mit ihm und wo geht der ganze Weg hin. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man ihn auch bereits zu Nummer 2 machen wird. An Bord wird Herrmann auf jeden Fall bleiben und somit wäre das also dann Dresdens Torhüter-Trio für die zweite Bundesliga. Wenn man natürlich dann den Aufstieg in die zweite Liga packen wird, dann wird es auch umso wichtiger sein, eine gute Abwehr zu haben, denn die brauchst du im Abstiegskampf der zweiten Liga und da wird es wirklich interessant. Aktuell haben wir in der Innenverteidigung Jakob Lewald, Tobias Kraulich, Lars Bünning und Kevin Ehlers. Lewald ist ja seit zwei Jahren bei Dynamo Dresden und auch erst recht in der aktuellen Saison der Abwehrchef, der Anführer in der Innenverteidigung. Er ist absolut gesetzt und wird meiner Meinung nach auch auf jeden Fall bleiben und den Weg mitgehen in die zweite Liga. Tobias Kraulich ist ja im letzten Sommer von Meppen gekommen. Wenn er fit ist, dann ist er auch eigentlich größtenteils gesetzt und bei ihm gibt es wohl auch im auslaufenden Vertrag eine Klausel, die beinhaltet wohl das Thema Aufstieg und Abstieg oder eben anders gesagt, wenn Dresden aufsteigen sollte, dann wird wohl auch Kraulich an Bord bleiben. Ich denke mal, als Backup für die zweite Liga wäre das auch gar nicht mal so verkehrt. Lars Bünning stand ja auch meistens zumindest in der Startelf. Ich fand seine Leistungen, die ich auf jeden Fall gesehen habe und beurteilen kann, auf jeden Fall größtenteils okay. Und trotzdem ist eben die Frage, reicht es bei ihm für die zweite Liga? Denn diese Frage muss man sich natürlich generell stellen, denn wenn Dresden den Aufstieg packt, dann hat man natürlich auch das klare Ziel, sich endlich wieder in der zweiten Liga etablieren zu können. Und trotzdem ist eben auch bei Bünning die klare Geschichte, er hat Vertrag und wird somit auch dann in meinem realistischen Szenario auch hier an Bord bleiben. Kevin Ehlers ist ja ein Eigengewächs, der schon seit Jahren als Top-Talent galt, aber auch weiterhin eher nur Rotationsspieler ist. Er hat zwar in den vergangenen Spielen in der Startelf gestanden, das lag aber auch eher an Verletzungsproblemen und ich glaube nicht, dass das für Beteiligte oder für alle Beteiligten Sinn macht, diesen Vertrag dann auch nochmal zu verlängern, der im Sommer ausläuft, erst recht nicht in der zweiten Liga. Somit brauchen wir natürlich auch dann mindestens einen neuen Innenverteidiger, wenn nicht sogar zwei. Denn ich würde hier zum einen einen potenziellen Stammspieler holen, der eben dann das Innenverteidiger-Duo bilden kann mit Jakob Lewald und im besten Falle auch schon Erfahrung mitbringt in der zweiten Bundesliga. Trotzdem würde ich dann sogar nochmal einen zweiten Neuzugang hinzuholen, außer, und das ist auch noch ein mögliches Szenario, Kammerknecht wird wieder fix als Innenverteidiger eben dann hier eingeplant. Aber ich glaube, fünf Möglichkeiten, eben auch bedingt durch das Verletzungspech, was man in der aktuellen Saison schon gesehen hat, wären auf jeden Fall nicht verkehrt, um auch wirklich eine gute Basis für die zweite Liga zu haben. Das Thema Außenverteidiger hatten wir ja gerade durch Claudio Kammerknecht bereits einmal kurz angerissen. Und genau auf ihn und seine Außenverteidiger-Kollegen blicken wir mal jetzt. Also wir haben hier einmal von links nach rechts eben Claudio Kammerknecht, wir haben Kirillo Melichenko, Jonathan Maier und Kyu-Yun Park. Blicken wir erstmal auf die Personalie Kammerknecht, der in der Defensive ganz klar gesetzt ist. Ich finde generell hat sich auch Kammerknecht zu einem wirklich guten rechten Verteidiger in der dritten Liga entwickelt, weil man auch immer noch bei ihm merkt, defensiv macht er wirklich einen Top-Job, da hat er seine Stärken. Offensiv ist das okay. Also seine Scorer-Werte sind dann gar nicht mal so verkehrt, aber trotzdem hat man schon das Gefühl, da könnte Dresden sogar noch mal teilweise etwas mehr Offensiv-Output benötigen. Sein Vertrag läuft bis 2026 und ich glaube, dass Kammerknecht unabhängig, ob er jetzt als Innenverteidiger oder als rechter Verteidiger eingeplant sein wird, ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein kann. Mit Kirolo Milichenko haben wir dann noch einen weiteren Rechtsverteidiger, der aufgrund von schweren Knieverletzungen schon die gesamte Saison fehlt. Natürlich ist es aber auch ein Spieler, der irgendwo sicherlich das Potenzial hat, sich zu einem guten Zweitligaspieler zu entwickeln, aber weil eben sein Vertrag ausläuft, gepaart mit der Verletzungsanfälligkeit, macht es mir nicht auch hier keinen Sinn, diesen nochmal zu verlängern. Vielleicht gibt es irgendwelche Klauseln, wodurch sein Vertrag nochmal automatisch verlängern würde, dann würde ich ihn als dritten rechten Verteidiger einplanen, aber eben erstmal nicht mehr. Denn bedingt durch das Profil Kammerknecht brauchen wir hier nochmal einen Neuzugang, der eben nochmal ein anderes Profil mitbringt. Vielleicht ja auch dann sogar zwei, je nach Planung. Also wenn wir Kammerknecht Klauseln-Verteidiger einplanen würden, dann bräuchte sie sogar nochmal zwei neue Rechtsverteidiger, aber auch ansonsten nochmal ein etwas offensiveres Profil. Auf der linken Seite war ja Jonathan Meyer meistens gesetzt und seine Leistungen waren solide. Ich würde mal sagen, es war dann aber eben auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auch hier endet sein Vertrag und ich glaube, dass es hier Sinn machen würde, auch hier nicht zu verlängern. Somit braucht es dann einen neuen Linksverteidiger. Es braucht auch generell, finde ich, hier nochmal mehr Qualität. Das heißt, Dresden benötigt hier einen Stammspieler für die linke Abwehrseite. Und da gibt es auf dem Markt noch durchaus interessante, ablösefreie Lösungen. Ich denke mal, da wird es auf jeden Fall dann auch gute Möglichkeiten geben. Kyu Jun Park ist ja auch wegen Markus' Anfang von Werder Bremen zu Dynamo Dresden gewechselt, hat schon auch lange Zeit gebraucht, um eine wirklich gute Alternative zu sein. Aber die letzten Wochen hat er eben dann auf der linken Abwehrseite gespielt. Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, deswegen sich ohne den Abgang nicht als realistisch an. Als Backup würde ich ihn dann somit auch hier auf der linken Seite einplanen. Machen wir weiter im zentralen Mittelfeld, denn auch das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor im Spielsystem von Markus' Anfang, im 4-3-3-System. Ich denke mal, wenn man aufsteigen sollte, bleibt Markus' Anfang auch auf jeden Fall Trainer. Das heißt, er wird auch weiterhin auf die typischen Mechanismen vertrauen in seinem Spielsystem. Und fürs Zentrum haben wir dann einmal hier von links nach rechts Paul Will, Tom Berger, Niklas Hauptmann, Luca Herrmann, Ahmed Arslan und Jonas Ömmichen. Paul Will ist ja absolut gesetzt auf der 6er-Position. Er stand in jedem Drittligaspiel in der Startelf und ist, finde ich, einfach ein Spielertyp, der dort optimal reinpasst. Wenn Dresden nicht aufsteigen sollte, dann glaube ich schon, dass Will nochmal woanders den nächsten Schritt machen wird. Bei Aufstieg und dafür planen wir ja, wird er aber auf jeden Fall bleiben. Tom Berger ist ja ein Neuzugang von Werder Bremen. Bislang ist er eher Rotationsspieler auf der 6er- oder 8er-Position. Und doch hier darf dann sicherlich die Frage erlaubt sein, reicht es bei ihm für die 2. Liga? Ich denke mal, für die Breite ist Tom Berger erstmal okay. Er wird mitkommen und dann wird man eben mal schauen, ob das alles da mittelfristig Sinn machen kann. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass hier eine 6er-Alternative zu Will auf jeden Fall wichtig ist, weil eben jetzt auch nicht Berger der typische 6er ist. Also sollte man auf jeden Fall im Blickfeld haben bei einem Aufstieg. Niklas Hauptmann ist ja ein unglaublich starker Achter. In der aktuellen Drittliga-Saison kommt bereits auf 11 Scorer-Punkt und hat ja auch den längsten Vertrag im Kader bis 2028. Das heißt, Hauptmann und Dresden, das passt richtig gut zusammen. Und auch in der 2. Liga wird er ein sehr wichtiger Faktor sein. Luca Herrmann hat sich ja auch in den vergangenen Monaten gut entwickelt, auch wenn zuletzt ein paar Kurzeinsätze mit dabei waren. Ich gehe auch hier von einer Vertragsverlängerung aus und dann bleibt eben auch Herrmann in der 2. Liga an Bord. Ahmed Arslan ist ja im Winter zurückgekehrt, nachdem er sich im letzten Sommer für den Schritt zum RSFC Magdeburg entschieden hat. Und man hatte natürlich die klare Hoffnung, dass er die Offensive auf Anhieb beleben soll. Er spielt zwar auch regelmäßig, stand auch einige Mal in der Startelf. Seine Leistungen sind okay. Nicht mehr, nicht weniger. Und weil es eben für ihn bislang auch woanders nie für die 2. Bundesliga gereicht hat, glaube ich nicht, dass man hier eine Festverpflichtung auf Biegen und Brechen anstreben wird. Denn man holt sich eben dann für diese Position einen anderen, einen neuen Kreativspieler. Die Position hatte man ja eh schon für den Winter im Fokus. Und dann macht es eben erst recht Sinn, beim 2. Liga Aufstieg hier nochmal andere Wege zu gehen. Jonas Ömmichen ist ja ein Eigengewächs, ein Talent, der wenn überhaupt nur Joker ist. In diesem Kleiner hat er aber auch relativ wenig gespielt. Ich denke mal, hier sollte auf jeden Fall ein Abgang fokussiert werden. Und dann hätten wir auch nochmal einen Kaderplatz frei für einen neuen Achter oder auch Zehner. Eben dann eher als Herausforderer. Wer Markus Anfang schon längere Zeit verfolgt, weiß ja auch, dass Flügelspieler für sein Spielsystem essentiell sind. Und somit hat Dresden hier auch 6 zur Auswahl. Wir haben Tom Zimmerscheid, Lukas Coetho, Panagiotos, Flachodimos, Dennis Borkowski, Jakob Lemmer und Toni Menzel. Tom Zimmerscheid ist hier auf jeden Fall der individuell stärkste Flügelspieler. Rein von seinen Scorer-Werten kommt bereits auf 14 Scorer-Punkte und ist somit ein wirklicher Top-Neuzugang gewesen. Und somit wird Zimmerscheid auf jeden Fall auch mitgehen in die 2. Liga in der Hoffnung, dass es logischerweise auch dort genauso weitergeht. Lukas Coetho fehlte ja lange Zeit verletzungsbedingt seit seiner Rückkehr. Ist er aber auch eher nur Joker, obwohl er sicherlich schon auch die Qualität hat, in der 3. Liga zum Unterschiedsspieler zu werden. Er kennt die 2. Liga, sollte, finde ich, nochmal deutlich mehr Chancen bekommen und somit eben auch hier eine weitere Option darstellen. Flachodimos hat bereits in der aktuellen Saison keine allzu große Rolle mehr inne, kommt gerade mal auf 8 Spiele und stand die letzten Wochen auch gar nicht mehr im Kader. Sein Vertrag endet und somit wird er Dresden auch verlassen. Damit hätten wir dann auch einen freien Kaderplatz für einen neuen Flügelspieler, der natürlich auch dann Markus Anfang typisch 1 gegen 1 Qualitäten mitbringen sollte, ein gewisser Unterschiedsspieler sein sollte für die 2. Liga. Und genau danach sollte man eben auch dann suchen. Dennis Borkowski ist ja weiterhin ausgeliehen von RB Leipzig. Seine Leistungen sind auf jeden Fall okay, mal besser, mal schlechter. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass ein Verbleib Sinn macht, wenn man den Aufstieg schafft. Und somit wäre auch dann nochmal ein weiterer Neuzugang wichtig, auch dann eher ganz konkret für die rechte Seite. Ich finde, dass da auf jeden Fall unbedingt nachgelegt werden sollte. Jakob Lemmer spielt da bislang auf jeden Fall eine ganz gute Saison, pendelt auch ab und an mal hin und her zwischen Startelf und Ersatzbank, kann sich aber sicherlich noch weiterentwickeln und würde eben dann im Gesamtpaket mit den anderen beiden Optionen plus den beiden Neuzugängen eine ganz gute Auswahl darstellen. Toni Menzel hätten wir dann noch als Eigengewächs, der bislang bei gerade mal zwei Einsätzen steht. Ich denke, beim Aufstieg wird es auf jeden Fall schwierig für ihn. Dann kann eine Laie hier Sinn machen. Übrig bleibt logischerweise dann noch in unserer Kaderplanung das Sturmzentrum, wo wir aktuell Stefan Kutschke, Robin Meissner und Manuel Schäffler haben. Kutschke ist ja der Kapitän der Mannschaft, der auch weiterhin ein wichtiger Faktor ist und elf Tore erzielt hat. Auch wenn man natürlich teilweise der Meinung ist, da könnte man vielleicht noch mal ein etwas besseres Komplettpaket gebrauchen. Aber Kutschke ist eben einfach ein wichtiger Typ, der auch unter Markus Anfang und Hoos Ansehen hat. Und man hört eben auch, wenn Dresden aufsteigen wird, dann verlängert sich sein Vertrag auch noch mal automatisch um ein weiteres Jahr und somit bleibt er eben auch mit dabei. Ich denke mal, mit seiner Erfahrung, mit seiner Führungsstärke, wird er auch in der zweiten Liga ein wichtiger Spieler sein. Robin Meissner ist ja dann meistens eher der Ersatz im Sturm, der aber auch jetzt mittlerweile mal seine Position dort gefunden hat, nachdem er zu Beginn der Saison auch teilweise noch auf den Außenbahnen ausweichen musste. Auch hier ist aber dann so ein bisschen die Frage, reicht es bei ihm für die zweite Liga, nachdem es ja sowohl in Rostock als auch im HSV nie so richtig geklappt hat. Und trotzdem glaube ich, wird Meissner erstmal an Bord bleiben. Eben auch, weil er ein anderes Profil mitbringt im Vergleich zu Kutschke. Manuel Schäffler ist ja auch eher der groß gewachsene, erfahrene Neuner, der aber auch gerade mal auf 14 Spiele kommt. Also er spielt aktuell kaum eine Rolle mehr, sein Vertrag endet und somit wird es hier auch keine Vertragsverlängerung geben. Damit würde man natürlich aber auch ein bisschen Gehalt einsparen, was wichtig sein kann, um einen neuen Stürmer zu holen. Denn eigentlich brauchst du hier, wenn du in die zweite Liga aufsteigen solltest, sogar auch einen neuen Stammspieler, um eben da einfach nochmal eine etwas größere Torgarantie zu haben für den Abstiegskampf. Ich glaube, dass die Suche danach auf jeden Fall schwierig wird, aber auch notwendig sein wird. Wenn man natürlich dann den Kader für die kommende Saison plant, dann kann es auch durchaus wertvoll sein, Spieler verliehen zu haben, die dann vielleicht zurückkehren könnten. Wobei ich da bei Dresden nicht so richtig dran glaube. Oliver Batista Mayer hat eine richtig gute Hinrunde in Verl gespielt. Die Laie wurde dann aber auch beendet. Das wurde ja ganz bewusst so von Dresden gewählt. Und dann wurde er eben weiterverliehen in die Schweiz zu Zürich. Es gibt sicherlich die Option, dass Zürich ihn dann auch verpflichten wird für ganz gutes Geld. Allerdings überzeugt er dort eben nicht. Und deswegen hat er, glaube ich, weder in Dresden noch in Zürich eine wirkliche Zukunft. Jan Schäscher-Barkowski spielt ja seit Winter für Energie Cottbus und kommt dort bislang nur auf Joker-Einsätze. Natürlich muss man bei ihm oder auch bei Batista Mayer eh nochmal abwarten, wie die nächsten Wochen sich so entwickeln. Da kann natürlich noch ein bisschen was passieren. Aber auch hier sieht es eher danach aus, dass er dann nochmal einen ganz anderen Klub für sich finden muss. Paul Lehmann spielt bei Erfurt, zeigt dort auf jeden Fall gute Leistungen, hat auch sicherlich noch weiteres Potenzial. Der nächste Schritt für seine Entwicklung wäre dann eher dritte Liga. Das heißt, beim Aufstieg in Liga 2 wäre dann eine weitere Laie vielleicht auch dann die beste Option. Julius Hoffmann ist ja bei Babelsberg unterwegs, dort aber eher nur Rotationsspieler. Auch so will es für ihn erstmal schwierig sein, in Dresden eine Zukunft zu haben. Jonas Saliga spielt ja für die zweite Mannschaft im 1. FC Köln, ist auch dort eher nur Ersatz. Sprich, auch er muss sich dann einen anderen Klub suchen. Das heißt, von den Leihrückkehrern erwarte ich auf jeden Fall keinen Zurück im 2. Liga-Kader in der nächsten Saison. Damit ist aber auch klar, dass Bedarf besteht in Sachen Neuzugängen. Und hier sehen wir nochmal in der Übersicht, dass auch tatsächlich dann viel passieren muss. Da wäre zum einen das Tor, wo wir eben dann eine neue Nummer 2, eine neue Nummer 3 suchen würden. Und vor allem aber auch die Verteidigung, wo es sowohl rechts, links und auch zentral mögliche Stammspieler braucht. Genauso im zentralen Mittelfeld, wo auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf besteht. Ebenso auf den Flügeln und auch im Sturmzentrum. Also, Dynamo Dresden wird sehr viel zu tun haben, um den Kader zu verbessern. Und genau über das Thema werden wir, wie gesagt, noch in ein paar Wochen sprechen, in fünf Transfers führen. Wo es eben auch dann von mir konkrete Transferschläge zu einer solchen, ja, grundsätzlichen Kaderplanung für Dynamo Dresden auf jeden Fall geben wird. Und hier sehen wir dann auch nochmal abschließend Dresdens Startelf für die kommende 2. Liga-Saison. Und eben dann auch sehr, sehr gut die Lücken, die man eben dort noch hat. Im Tor schätze ich auf jeden Fall die Lage so ein, dass man mit Riljatscha eine gute Nummer 1 haben wird. Genauso wie in der Verteidigung mit Kammerknecht und Lewald. Und dann ist eben so ein bisschen die Frage, wie richtest du dich dort aus? Eine Option wäre eben, neben Lewald einen neuen Stamm-Innenverteidiger zu verpflichten. Oder eben Kammerknecht wieder dorthin zu ziehen. Dann wiederum bräuchte man einen neuen Stamm-Rechter-Teidiger. Auf der linken Abwehrseite sollte so jemand auf jeden Fall ohnehin her. Sechster Position geht auf jeden Fall weiter an Will. Ein neuer Ersatz neben Berger wäre sicherlich nicht verkehrt. Und dann hätten wir eben im zentralen Mittelfeld Hauptmann ganz klar gesetzt. Hermann als weitere Option und hier braucht es sicherlich dann nochmal mindestens zwei neue Spieler. Offensive Dreierreihe schätze ich schon so ein, dass Zimmerscheid ganz gute Chancen hat, erstmal unter Anfang gesetzt zu bleiben. Coeto und Lemma sind aber auch noch dran, plus eben dann hier ein bis zwei Neuzugänge. Im Sturm hätten wir dann Kutschke und Meissner eher als Herausforderer, als Backup-Varianten, plus eben dann hier einen Neuzugang. Und somit ist das also mal meine Kaderplanung für Dynamo Dresden im Falle des 2. Liga-Aufstieges. Sollte man nicht aufsteigen, dann wird sich der Kader sicherlich nochmal deutlich mehr verändern. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung, vor allem auch die Meinung von den Dynamo Dresden-Fans, wie die ganze Geschichte einschätzt. Und ich verfolge logischerweise Liga 3 nicht ganz so sehr wie Liga 1 und Liga 2, mache aber trotzdem gerne Videos über Dresden, über Bielefeld, auch über andere Drittligisten und fuchse mich dort dann auch ganz bewusst auch ganz gerne mal da rein und hoffe, dass ich auf jeden Fall dann eine realistische Einschätzung von Dynamo Dresden hier abgeben konnte. Also eure Meinung dazu und weitere Vorschläge für das Format Kaderplanung könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.